Alles schläft, nur er ist wach, jeder träumt von seinem Tag. Und es ist schon ziemlich spät, gebt fein acht, dann ihr ihn seht. Martin, euer, dein Moderator von Schlafstopp. Begrüßt euch recht herzlich. Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Noch eine kurze Werbeeinspielung. Ja, so in etwa, wie ihr es jetzt gerade eben gehört habt, beginnt ja immer meine Schlafstopp-Sendung auf dem Hauptkanal, Haupt-Haupt-Haupt-Hauptkanal, Wake News Radio, Wake News TV. Ich blende euch jetzt dann auch gleich ein, wann die nächste ist und um wie viel Uhr sie stattfindet. Ich finde es auch toll, dass ihr das auch immer anschaut oder viele von euch das anschauen. Aber meine Bitte jetzt hier auch an der Stelle, schaut nicht nur Schlafstopp, schaut alles von Wake News Radio, Wake News TV, von United We Start. Höchst interessant. Gut, da muss man Englisch können. Da habe ich ein bisschen Probleme beim Verstehen, aber Nobody is Perfect. Also nochmal Werbung und ich lege es euch ans Herz. Wir haben ja verschiedene Plattformen. Wir sind auch auf YouTube, das hieß dann Weg-Nachricht. Und wir haben auch, ja eben unseren eigenen Kanal. Wake News Radio, Wake News TV ist auch auf Bitshoot. Gut, also ihr Lieben, ich lege es euch ganz warm ans Herz, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt. Es sind wahnsinnig interessante Themen. Schaut euch das an in aller Ruhe, macht euch eure Gedanken. Okay, das wäre es. Alles. Alles. Ich. connais Hongvo. die class. Vielen Dank.